Ich habe mich entschlossen zu einem Pumas Beißkorb, weil ich einen Cane Corso habe und da ist es ziemlich schwierig, einen passenden Beißkorb zu bekommen. Und ja, er ist wirklich pflegeleicht, er ist super weich und wenn da Cane Corso jetzt rankommt und dich stoßt, tut es nicht so weh. Und er holt wirklich alles aus. Also ich bin total begeistert von den Farben, die Farben, die Zusammenstellungen, das ist wirklich super. Also ich würde jederzeit wieder einen nehmen und man kann sich Gott sei Dank auch verändern, wenn man wieder einen Cane Corso hat und länger machen, kürzer machen. Also das finde ich genial.